so leute da sind wir beim nächsten opening secret layer dungeon and dragons death in the eyes of the beholder part 1 davon gibt es auch wieder zwei parts was ich sehr sehr cool finde beide sehr sehr gute secret layers also das auf jeden fall sehr krass vielen vielen dank an dieser stelle an david oder mich ich bin mir nicht sicher was von beiden wem gehört ich habe noch ein paar andere von denen hier oben liegen ich weiß nicht wer sich was bestellt hat es tut mir leid aber danke danke an euch dass ich das überhaupt machen darf und ja wir gucken jetzt mal rein wenn ich das aufmache muss ich euch immer wieder sagen secret layers sind sehr sehr oft einfach nur viel mit dem artwork es geht oftmals einfach mehr um das artwork als alles andere these bizarre creatures are processed of alien intelligence in human form of perception and the ability to shape reality through force of will force of will ist hier force of will drin nein ist es nicht or even by their mere presence presence wir gucken uns das manchmal an es geht um beholder beholder thank you for being part of secret layer hier mit mit verschiedenen würfeln auch ganz cool auch sehr cool ich tue das mal wieder rein ich weiß nicht ob die das haben wollen oder nicht und wir haben einmal ein blau schwarzes päckchen voller dungeons and dragons cards denn dungeons dragons hat beholder beholder sind so diese viecher hier mit den augen und xanatar war glaube ich die bei box promo oder er war einfach so in dem commander in dem in dem set mit drin ich bin mir nicht mehr sicher ob bald escape oder in dem forgotten realms da bin ich mir einfach nicht sicher ist auf jeden fall ein sehr sehr guter commander mit eine menge menge text wie ihr seht und sehr 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 guter commander tatsächlich und man hat hiermit so ein starter kit mit dem man tatsächlich auch so ein deck mit ihm bauen kann und da kommt unter anderem beholders charm ray bribery oh mein gott on a failsafe target creature becomes charmed bribery ist eine arsch teure karte eigentlich soweit ich weiß weil sie wurde auch lange nicht mehr gereprintet und als ich sie in command spielen wollte war sie wirklich wirklich teuer und das hier einfach drin zu sehen fand ich crazy finde ich wirklich wirklich crazy bribery gute karte dann haben wir ein sehr sehr geiles steifel on a failsafe target creature falls asleep steifel sehr sehr mächtige karte gerade im legacy ich liebe legacy spiele hauptsächlich legacy und da ist es sehr sehr gut drin dann haben wir delay dazu kurze story es gibt die karte in französisch bitte spielt sie nicht in französisch auf turnieren der name davon ist schwierig nicht weil es französisch ist sondern weil es auf englisch eine andere bedeutung hat delay beholders ray unfailsafe target creature speeds is halved sehr sehr cool counterspell der halt erst drei runden später reinkommt unkontrolliert vom gegner sehr sehr coole karte ich liebe diesen counterspell blood money sieben mana saucer will zu stellen alle kreaturen für jede non token kreatur kriegt man einen getappten treasure token unfailsafe target creature begins turning to stone oh das ist sehr cool auch mit diesem unfailsafe wenn man wenn man den safe wurf nicht steht dann passiert etwas das finde ich sehr sehr cool und sehr sehr lustig oh drown in a lock oh mein gott ist das das für ein art work junge behold of your ray unfailsafe target creature becomes frightened wow da wäre ich aber auch eingeschüchtert sehr sehr cool drown in a lock sehr sehr gute karte und wir haben ein druid of purification 402 3 wenn der spielfeld kommt sucht jeder spieler einen artefakt oder enchantment aus die sie nicht kontrollieren und jedes dieser permanent wird zerstört okay diese random elfen darunter finde ich irgendwie bei bei solchen sachen finde ich es immer schade bei so dungeon and dragons warum ist da jetzt keine dungeon and dragons karte drunter warum nicht das verstehe ich nicht das finde ich irgendwie seltsam aber es ist ein sehr 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 cooler secret layer drop mit sehr guten karten wie gesagt ein beliebter commander bribery stifle delay blood money und drown the lock werden alle gespielt blood money nur ein commander bei anderen werden auch so teilweise woanders gespielt mega cooler mega 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 cooler drop und ja ich hoffe ihr hat spaß wenn ja daumen nach oben da lassen liken abonnieren irgendwelchen leuten zeigen die beholder spielen warum sie das nicht gekauft haben und so weiter ihr kennt das ganze prinzip und wenn ihr mich darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt könnt ihr das auch ihr könnt bei patreon oder bei youtube membership ab drei euro monat mich unterstützen das kriege ich dann instant direkt und das hilft mir ungemein bei bei ganz 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 vielen sachen deswegen überlegt euch vielleicht wollt ihr das und ja ich hoffe ihr hat spaß wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin auf lexit ciao ciao